so weiter geht's mit einer weiteren folge mit milanowitsch 5 von 15 militärverrückten werden aber das wird mir nur eine angezeigt Mann was ist das hier das war uns oh fuck ich hab vergessen ich kann es nicht mal erforschen weil immer noch nicht 1940 ist ich forse schon du kannst es auch du kannst es trotzdem erforschen ja aber es wird länger dauern dann möchte ich ihn dann steht bei mir 1000 1000 tage muss ich warten ja weil du nicht 1940 ist warte ich kann jetzt nachgucken wie viele taten müsste ich jetzt noch warten 160 ja endlich ach das auch erforscht nein ich kann jetzt bessere infanterie holen ja also besser ausrüstung dafür ja ich nicht schon seit zwei jahren ich forsche dass er es gerade weiß nicht vorhin forschen konnte na gut naja übrigens nur noch bisschen in ungarn und in tschechoslowakei müssen wir muss die neutrale regierung noch bisschen beliebtheit dazu kriegen und dann dann haben wir das land vereinigt drei länder jetzt ist das uns überhaupt was dank für deine antwort nützt es uns überhaupt was dass die drei länder zu einem werden ja natürlich digga dann haben wir verbündet mehr ja normal ich habe zu wenig ressourcen was ist das hier er wird weiter und das wird dann zu einem sehr starken land vielleicht ein bisschen schwächer als ich das ist das ist gut weil kleine länder sind scheiße ich meine ich nicht so aber sie sind relativ schlecht das ist ein schlecht führter krieg ja im krieg sind sie schon die scheiße gegen größere länder kann ich nichts aufstellen ein neues und besseres deutschland alter junge kann es mal 1940 werden was ist das hier das war nicht meine frage aber egal das war nicht meine antwort was ich erwartet habe ich habe auch keine antwort gegeben ja los los ich habe es gleich komm und 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 noch ein bisschen häller ernsthaft komm komm und ach warte mal noch bisschen noch und und los bisschen schneller ah endlich ich kann es machen oh my god endlich jetzt habe ich den dritten ich erforsche mir gerade die besseren form oh my god ich kann so viel forschen was ist das hier er ist jetzt 1940 kann ich jetzt auf einmal so viel forschen ich konnte gar nicht nach ich habe es nicht ich habe es nicht meine häfen ich brauche jetzt 7 April oder müde die man meine häfen machen was ist das so veränderung der beliebtheit hinsicht war 10 prozent mehr aber warum soll ich jetzt wie hitler sein das check ich nicht was habe ich denn dazu gemacht was habe ich gemacht bin ich rassistisch oder was so ach so äh wie kann ich denn da kann ich sie überhaupt ändern ähm ja ich kann es für dich ändern aber du kannst ähm in dings machen hast du hast du zum beispiel die demokraten verboten warte wir haben keine regierung die mit uns kooperiert äh sie besitzen moment nichts wo kann wo könnte es stehen dass ich äh da auf dem hammer dabei politische aktion hast du zum beispiel den kommunismus verboten äh welcher hammer kein hammer doch den hammer neben dem auge auch da zum beispiel dahinter äh 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 anti kommunistische das ist das ist ja mach das lieber nicht ich schicke jetzt an zu dir meine geheimagenten scheiße jetzt habe ich das jetzt gemacht mit dem absolut äh kann ich das abbrechen nein scheiße ich bin ich bin ich bin dann ich bin ja und dann hat die maus bisschen gespinnt und dann hat es plötzlich auf ok gedrückt ich habe es nicht verbieten außerdem antikommunistische röt sind das euch abbrechen ich habe das was anderes verstanden kann es mal ganz kurz weiterspulen so soldatenanzahl freie männerstärke 0 genutzte männerstärke armee 105,33.000 im feld 100,83 in der ausbildung 4,50 luftwaffen 0 marine 4,40 garnison 0 männerstärke gesamt 105,26.000 7,70 prozent der fragekommandante bevölkerung 3,98 millionen verfügbare faszinierter angriffsdivisionen 0,20 prozent begrenzte 2,50 prozent gut ich habe da gar nichts verstanden million es kann sogar sein dass ich gegen dich die eine aus meiner fraktion den krieg erklärt weil du ein faschist bist scheiße kannst du es irgendwie noch hinbiegen ich kann es noch hinbiegen es wird aber sehr lange dauern warte mal kannst du ganz gespott nach stopp machen ich habe jetzt gerade ich muss gerade was wählen faszismus auf dem vormarsch finnische volk hat den schon allzu lange unter inkompetenten ml führung gelitten sie sagen sie würden die volk vertreten dabei können sie nicht einmal unsere straße führen worten sorgen diese nation nun wachsen eine nation kann nur wachsen wenn sie stürzen ja wie dann stürzen gehen in den bürgerkrieg in den bürgerkrieg ich schicke sie mal ich schicke sie unterstützung wir brauchen eine politische macht minus wir brauchen eine die mittelmächtige bürgerkrieg die mittelmächtige stehen dir bei die mittelmächtige stehen dir bei ich weiß nicht ich weiß nicht also du bist jetzt also du bist jetzt nazi geil doch dein land heißt jetzt nicht mehr finnland sondern nationalsozialistisches finnland scheiße ja mach den bürgerkrieg mach den bürgerkrieg los warum soll ich das machen mach es dann kann ich dir noch helfen und wie mach ich das äh konntest du das nicht grad auswählen nein Rudi dann wenn ich du wirst all ich mach dir einfach platt ok bitte stell einfach das alles oh mein gott ich bin die grüße von nazi scheiße nein bitte riebrichte das kann ich irgendwas da kann ich irgendwas forschen dass ich dabei helfe helfe nein kannst du nicht ich äh du kannst keine agenten aus deinem land rausziehen dass mein geheimagent dann besseres netz aufbauen kann dass ich die nazi ich hab keine geisch also ehrlich gesagt ich hab da keine ich hab das in russland ich hab die in russland ich hab meine auch guck mal milan eine neue macht blockade in europa ich fühl mich gerade verarscht milan ja mein verbündet mein verbündeter ist am start scheiße du lügst mich ernst guck mal österreich irgendwann ist wieder da scheiße was mache ich jetzt das hatte ich hier komplett anders vor es war komplett das gegenteil was ich jetzt erreicht habe ja das johannes ich bin wirklich am arsch ich weiß ich helfe dir ja gerade auch ich baue gerade ein fettes spionagennetzwerk in deinem land auf vertreib bitte meinen nazi-typen ich bin auch gerade einen anderen willi ne echt ja ich weiß schon der ist ja komisch ich seh er vorhin hatte mein typ einen schnauzer und sah irgendwie anders aus er hat sein schnauze nicht mehr nein nein das ist so gern andere ich glaub dir in den anderen umgebracht scheiße scheiße nein scheiße hä was mache ich jetzt dagegen du kannst nichts machen ich kann dir nur helfen du kannst nichts machen ich kann dir nur helfen bereit zum ausrücken führung ach gott ich kann jetzt einfach unbegrenzt machen das sollte ich lieber nicht anmachen ne doch soll ich das machen ja kommt schon an aber ist das nicht noch schlechter nein es würde nichts ändern nein aber auch so dass du mehr männer kriegst also umfangreich also umfangreich gut ich hab's gemacht so jetzt will ich gucken wie jetzt meine armee wächst scheiße ich fühl mich gerade voll verarscht worden du wirst einfach abgesetzt du wirst einfach abgesetzt du wirst mich verarschen so leute das war's soweit mit der Folge du wirst mich du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst